Angriffsziel. Iran. Der Krieg mit dem Iran ist beschlossen. Basta. Die Pläne zur Durchführung laufen auf Hochtouren. Und zu diesen Plänen gehört die letzten Monate und Wochen die konsequente Dämonisierung eines ganzen Volkes. Der Iran muss vernichtet werden, bevor er uns vernichtet. Mit dieser Doktrin, der Achse des bösen Doktrin, wird Angst geschürt mit Erfolg. Weltweit. Nur, was wissen wir im Westen über dieses Land? Den Iran. Wenig. Der Iran hat eine 7000 Jahre alte Geschichte. Seine Bevölkerung ist etwa so zahlreich wie die der BRD. Nur das Durchschnittsalter ist deutlich geringer. Der Iraner ist im Schnitt unter 30 Jahre alt. Eine sehr junge Bevölkerung. Und diese Menschen, ja, Iraner sind auch Menschen, verteilen sich auf eine Fläche, die sechsmal größer ist als Deutschland. Der Iran der Gegenwart kennt keine freie Presse. Das ist aber nicht erst unter dem aktuellen Präsident so. Das hat Tradition und wurde mit US-Hilfe unter dem Schah von Persien in den 60ern im Iran eingeführt. Dennoch ist der Iran das zehntaktivste Land im Internet. Die Web-Community im In- und Ausland, vor allem sehr junge Menschen, schaffen es, dem Mullah-Staat immer wieder erfolgreich zu trotzen. Ein Widerstand, der von innen kommt. Ein Prozess, den man aber von außen noch mehr unterstützen könnte und sollte. Die iranische Sprache ist eine sehr alte Sprache, die weit über die Region hinaus gesprochen wird. In allen Anrainerstaaten des Iran kommt man mit Farsi, also Hochpersisch, weitgehend durch. Persisch ist eine Stammsprache und wird unter anderem in den Regionen Afghanistan, Turkmenistan, Armenien, der Türkei, dem Irak und Kuwait verstanden und gesprochen. Insgesamt umfasst allein diese Sprachregion 150 Millionen Menschen. Der Iran ist darüber hinaus, und das wird ihm jetzt zum wiederholten Male zum Verhängnis, eine sehr, sehr öl- und gasreiche Region. Man kann ihn neben Saudi-Arabien als das Ölfass der Welt bezeichnen. Diese Ressourcen führten immer wieder zu Spannungen mit den Westmächten, die im Iran militärisch intervenierten. 1953 wurde im Iran der regulär vom Volk ernannte demokratische Premierminister Mossadegh in einem Staatsstreich ersetzt. Hinter der Aktion standen der britische Geheimdienst MI6 und sein amerikanisches Pendant der CIA. Vorangegangen war diese Aktion, dass Präsident Mossadegh es gewagt hatte, das Öl des Landes, also das Öl seines Volkes, dem Volk zu übergeben, es also zu verstaatlichen. Die bis dato recht erfolgreich im Iran operierende Ölfirma BP, die sich damals noch Anglo-Iranian Oil nannte, griff darum zum Äußersten und gab diesen Putsch quasi in Auftrag. Die nach dem Staatsstreich vom Westen installierte Marionette, der Shah von Persien, wurde prompt der beste Freund des Westens und schuf einen Überwachungsstaat, der unter anderem durch die USA zu der Militärmacht in der Region hochgerüstet wurde. Der Shah bekam über Jahrzehnte neustes Kriegsgerät. Oppositionelle im Land, Menschen, die die Demokratie wiederhaben wollten, Anhänger der freien Presse, bekamen in dieser Zeit immer wieder Besuch vom iranischen Geheimdienst SAVAK. Sie wurden gefoltert, getötet oder einfach verschleppt. Das war Alltag im Iran, unter westlicher Führung und kein Mensch hier regte sich darüber auf. Im Gegenteil, der Shah wurde weltweit hofiert und besuchte damals auch die noch geteilte Hauptstadt Berlin. Der Westen sah dem Shah-Regime kollektiv und tatenlos zu. Er unterstützte den Iran bei all seinen Menschenrechtsverletzungen. Wer beim Shah-Besuch 67 dagegen protestierte, wurde von iranischen Schergen vor den Augen der Berliner Polizei zusammengeschlagen. Der Student Benno Onesorg war das prominenteste Opfer. Er wurde niedergeschossen. Diese Unterstützung des Iran durch den Westen ging so weit, dass der heute sich als Erzfeind verstehende Staat Israel den Iran damals maximal unterstützte. Er leistete über Jahrzehnte dem Iran Agrar- und Militärhilfe. Ein Satz, der heute wie Science Fiction klingt. Bis in die späten 70er das Normalste der Welt. Und die riesige jüdische Community im Iran, bis heute die größte außerhalb Israels in der Region, war begeistert. Perser und Juden konnten in der Vergangenheit immer sehr gut miteinander. Warum auch nicht? Mit der Machtübernahme durch Ayatollah Khomeini wendete sich das Blatt. Das Jahrzehnte mit westlicher Hilfe massiv unterdrückte iranische Volk rebellierte gegen sämtlichen westlichen Einfluss, vor allem gegen US-amerikanischen oder britischen. Wenig später begann der Krieg mit dem Irak. Dieser Krieg ging über acht Jahre und war nur möglich, weil wieder der Westen diesmal den irakischen Diktator Hussein zur Kampfmaschine hochrüstete und auf den Iran losließ. In diesem Krieg fielen hunderttausende iranischer Soldaten und zahllose Zivilisten wurden durch irakisches Giftgas dahingerafft. Es gibt kaum eine iranische Familie, die kein Opfer dieses Krieges zu verzeichnen hat. Aber der Westen, speziell die USA, ginge noch weiter. Sie belieferten beide Seiten, also auch die iranischen Mullahs, bis der Deal in der legendären Kontra-Affäre unter Reagan, eine Art zweites Watergate, aufflog. Unterm Strich hatte es der Westen geschafft, dass sich zwei Staaten zerfleischten, die den eigenen Interessen nur dann dienlich waren, wenn es gelang, sie am Boden zu zerstören. Nur darum ging es all die Jahre. Die Geschichte lehrt. Das iranische Volk hat mit dem Westen in den letzten Jahrzehnten nie besonders gute Erfahrungen gemacht. Es wurde vom Westen mehrfach verraten und verkauft. Und jetzt wiederholt sich diese Geschichte. Aktueller Vorwand, das Nuklearprogramm. Behauptung, ein Nuklearprogramm, das das Land schon in wenigen Monaten dazu bringen könnte, eine Atombombe zu bauen. Beweise dafür dürften in etwa so stichhaltig sein, wie die, die man seinerzeit gegen den Irak vorlegte. Wem das als Argument nicht ausreicht, der wird auf die Menschenrechtssituation im Iran aufmerksam gemacht. Um es ganz klar zu sagen. Die Menschenrechte werden auch vom aktuellen Regime im Iran nicht gerade überinterpretiert. Nur dem Westen waren die Menschenrechte in diesem Land immer völlig egal. Der Westen selber hat die Demokratie 1953 im Iran aus reiner Ölgier beendet und damit die Menschenrechte vorsätzlich mit Füßen getreten. Doch sprechen wir über die mögliche Atommacht Iran. Israel fühlt sich durch die iranische Bombe, wenn sie denn in naher Zukunft kommt, bedroht. Das ist absolut nachvollziehbar. Denn Nuklearsprengköpfe auf ballistischen Raketen sind alles andere als ein Zeichen von Freundschaft. Exakt deshalb ist der Iran aber geradezu gezwungen, sich atomar zu bewaffnen, denn er ist von Atommächten geradezu eingekreist. China, Russland, Indien, Pakistan und Israel, das selbst über 200 Sprengköpfe verfügt, sind die Nachbarn des Iran. Die Staaten, die nicht über atomare Sprengköpfe verfügen, dienen darüber hinaus ausnahmslos als Gefechtsbasen für das US-Militär und seine NATO-Partner. Kuwait, Irak, Oman, Türkei, Turkmenistan, Afghanistan oder Saudi-Arabien als die militärische Drehscheibe für Großeinsätze. Wer also kann es dem Iran verdenken, bei dessen geschichtlicher Erfahrung mit dem Westen, dass er uns nicht über den Weg traut? Kein Land würde das tun. Und jetzt? Jetzt läuft im Hintergrund bereits eine Operation auf vollen Touren, denn beim Krieg gegen den Iran geht es vor allem darum, diesen kurz und schmerzlos zu halten und vielleicht erneut zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das Land ob seiner Öl- und Gasvorkommen anzugreifen und parallel dazu einen Regierungsputsch herbeizuführen, indem hinter den feindlichen Linien Spezialeinheiten logistisch wichtige Posten angreifen, besetzen oder zerstören. Die Angriffspläne, so belisst sicher, laufen bereits auf vollen Touren. Und taktisch wird das in etwa so ablaufen. Man wird den Iran durch weitere illegale Überflüge mit unbemannten Spionageflugzeugen provozieren, um so bei Abschuss einen Kriegsgrund zu konstruieren. Man wird parallel dazu das Land mit Guerilla-Aktionen von innen destabilisieren. Dann bleiben nur wenige Tage, in denen die USA nicht selber, sondern durch ihre Marionetten in der Region mit maximaler Feuerkraft aus der Luft zuschlagen werden. Es wird in der Öffentlichkeit, in unseren Medien so dargestellt werden, dass sich die arabischen Nachbarn des Iran durch den Iran selber bedroht fühlen, sodass es zum Angriff käme durch sie selber. Dieser Angriff liefe allerdings kollektiv ab und würde vom Westen gesteuert. Vorteil? Wir könnten von uns behaupten, das Problem hätte sich von alleine gelöst. Nur ohne bunkerbrechende Munition, ohne Stealthbomber, ohne Gefechtshubschrauber, ohne Marschflugkörper aus amerikanischer Produktion, ohne Luftaufklärung, auch mit deutscher Hilfe, wird der Blitzkrieg nicht zu gewinnen sein. In diversen Angriffswellen werden die im ganzen Land vermuteten Nuklearanlagen angegriffen und bombardiert werden. Da einige der iranischen Anlagen sehr, sehr tief unter der Erde vermutet werden, werden bunkerbrechende DU-Munition oder Mini-Nukes zum Einsatz kommen. In diesem Punkt von einem chirurgischen Angriff zu sprechen, ist absurd, denn die Zahl der zivilen Opfer wird immens sein. Wir im Westen als Teil des embeddeten Journalismus werden davon wenig mitbekommen. Und wenn, werden wir nur inszenierte iranische Helden durch die Hauptstadt ziehen sehen, deren es dort zu Anschlägen auf Radio, TV und Regierungsgebäude kommen wird, durch NATO-Spezialeinheiten. Man wird sagen, die Opposition hat die Regierung vertrieben, nur diese Opposition wurde vom Westen vorab gecastet und eingeflogen. Der Westen wird das Land ins Chaos stürzen, um es dann mit einer plötzlich auftauchenden Übergangsregierung zu stabilisieren, wie unlängst Libyen. Libyen ein Land, in dem nach unserem Befreiungsschlag von oben 26.000 Bombeeinsätze wieder die Scharia gilt, ohne dass das den Westen sonderlich stören würde. Warum auch? Das libysche Öl. Es fließt doch. Die USA, aber auch Israel wissen, dass, wenn sie sich entschlossen haben, den Iran anzugreifen, sie schnell handeln müssen. Denn je länger diese Übernahme der iranischen Ölquellen dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation in den arabischen Nachbarstaaten eskaliert. Denn die jeweilige arabische Bevölkerung will diesen Krieg ebenso wenig. Aber sie wird von den Machthabern mit westlicher Hilfe seit Jahrzehnten unterdrückt. Es muss also sehr schnell gehen, bevor das Pulverfass nahe Osten detoniert und der Iran versucht, die Seewege für den Öltransport zu vermienen und so den Dollarpreis für das Barrel in schwindelnde Höhen treibt. Eine letzte und keineswegs unwahrscheinliche Option ist ein nicht mit den USA abgestimmter Solo-Angriff Israels gegen den Iran, der parallel die Israelis dazu bringen könnte, die eigenen Verbündeten in der Region zu attackieren, um diese in den Krieg zu zwingen. Dieses Manöver wäre eine reine Wiederholung aus dem Jahre 67, als israelische Jagdbomber, deren Kennung zuvor unkenntlich gemacht wurde, das US-Aufklärungsschiff, die USS Liberty, das vor der israelischen Küste kreuste, angriffen, mit dem Ziel, das Schiff zu versenken. Die Liberty wurde dabei massiv beschädigt. Zahlreiche Matrosen fanden den Tod und selbst zu Wasser gelassene Rettungsboote wurden von den MGs der Jagdbomber attackiert. Die Idee dahinter war, dass die USA spontan in den Sechstagekrieg einsteigen sollten, was kurzfristig auch geschah. So schickte Präsident Johnson atomar bewaffnete Jagdbomber von einem in der Nähe kreuzenden Flugzeugträger Richtung Kairo, um der Stadt eine Lektion zu erteilen, die man von Hiroshima oder Nagasaki kannte. Die Amerikaner dachten, der Angriff auf die Liberty wäre von einem arabischen Staat gekommen, der sich mit Israel im Krieg befand. Dass das Manöver kurz vor einem Atomschlag gegen Ägypten doch noch abgeblasen werden konnte, hatte damit zu tun, dass Israel die USA eben noch informieren konnten, dass sie, Israel, die Liberty mit einem feindlichen Kreuzer verwechselt hatten. So wurde Kairo nicht atomar vernichtet und das völlig ahnungslose Ägypten nicht in einen Nuklearkrieg verwickelt. Glück gehabt. Die später, immer wieder von den Israelis beteuerte Aussage, man hätte das US-Abhörschiff wirklich verwechselt, beißt sich mit der Tatsache, dass es dem Schiff während diverser Angriffsfällen aus der Luft mit Kampfjets französischer Bauart Mirage nicht gelang, einen Notruf abzusetzen. Sämtliche dafür in Frage kommenden Frequenzen wurden von außen gestört. Was praktisch bedeutet, dass jemand diese Frequenzen gekannt haben musste. Damit aber war auch die Identität des Schiffes bekannt. Kommen wir zum Punkt. Der Iran kann einem leidtun, denn er wird ähnlich wie Israel von einer Regierungsklicke geführt, die ziemlich gerissen ist und das eigene Volk nicht zur Ruhe kommen lässt. Das Problem dieser beiden Zangkenne ist, dass der Iran in der Region relativ alleine dasteht, beziehungsweise die letzte große Supermacht, die USA, über eine Feuerkraft verfügt, der kein Land der Erde gewachsen ist. Es sei denn, es droht mit nuklearer Vergeltung. Die Russen ihrerseits haben dieser Tage ihre Truppen in äußerste Alarmbereitschaft versetzt und Nuklearraketen an ihre Grenzen beordert. Die äußerst ernste Ansprache des russischen Präsidenten an das eigene Volk dieser Tage wurde im Westfernsehen quasi ignoriert. Warum? Weil es ernst wird? Weil wir uns auf eine Art Kuba-Krise zubewegen? Eine militärische Auseinandersetzung mit Kernwaffen, die die Sprengkraft von Hiroshima oder Nagasaki bei weitem übersteigen? Diese Option schwebt dann aber latent über der bereits anlaufenden Operation Iran platt machen. Denn wenn der Iran tatsächlich auch nur eine einzige einsatzfähige Atombombe besitzt, wird er diese aus reiner Notwehr zum Einsatz bringen. Nicht mehr und nicht weniger steht auf dem Spiel ein möglicher, ein wahrscheinlicher Nuklearkrieg im Nahen Osten. Wegen Öl. Wir schrammen im Moment ganz dicht an einer unkalkulierbaren Katastrophe vorbei. Wie lange wollen wir es uns noch leisten, wegzusehen? In der Hoffnung, unsere Führungen werden schon die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt keine Alternative zum Dialog. Das hat El Baradei gesagt, Friedensnobelpreisträger 2005 und von 1997 bis 2009 Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde. Zwingen wir unsere Politiker zum Dialog miteinander oder ersetzen wir unsere Politiker?